Warum hast du die Plattform gegründet? Ich habe den Educator gegründet, weil ich es satt hatte, dass ständig Dampfplauderer und Schaumschläger viel Geld verdienen, während Menschen, die weitaus mehr können, auch immer mehr leisten müssen und dabei noch schlechter bezahlt werden. Und ich bin der Meinung, dass gerade jetzt die Zeit ist, wo ohnehin jeder Cent gebraucht wird und Menschen, die etwas können, auch belohnt werden sollten. Was ist der N-Educator? Die Plattform der N-Educator ist eine Plattform zur persönlichen Weiterentwicklung, also im Grunde eine Schulungsplattform, wie viele andere es auch schon anbieten. Der Unterschied ist jedoch, dass du nicht tausende Euro zahlen musst, um Kurs und Coachings zu besuchen, sondern du kannst ein Monatsabo oder ein Jahresabo nehmen. Das Monatsabo ist natürlich monatlich kündbar und kostet 16,90. Das Jahresabo kostet 159,90 brutto, ist jährlich kündbar. Und der weitere Unterschied ist, dass du diese Kurse und dieses Know-how, das du dir hier aneignest, entweder für dein eigenes Business nutzt, wie zum Beispiel LinkedIn-Marketing, YouTube, Facebook-Marketing, wie schaltet man Werbeanzeigen auf Google und das wirklich Schritt für Schritt genau erklärt, was du wann zu tun hast. Oder du kannst dich als Affiliate im Affiliate-Programm anmelden, musst dafür keinen Cent bezahlen, sondern verdienst letzten Endes daran, wenn du die Plattform weiterempfiehlst als Affiliate. Also für jedes Abo, das du verkaufst, erhältst du 80% Provision. Von 159,90 wären das 106 Euro in etwa. Das heißt, 106 Euro bleiben dir tatsächlich, wenn du ein Abo weiterempfiehlst und wenn man bedenkt, dass man womöglich zwei Abos jeden Monat verkauft, sind es 200 Euro, die du verdienen kannst, ohne vorheriges Investment. Warum gibt es 80% Provision? 80% Provision gibt es deshalb für jedes erfolgreich empfohlene Abo, weil ich der Meinung bin, dass jeder von dieser Idee, von dieser Plattform profitieren soll und ich möchte, dass wir gemeinsam wachsen. Der Erfolg des Unternehmens hängt von den Mitarbeitern ab, das ist mal eine Goldregel und genauso ist es auch hier auf den Educator. Wenn wir gemeinsam etwas bewerkstelligen und bewirken wollen, dann ist jeder Cent hier gut angelegt und ich sage mal, 80% Provision ist ein guter Weg, Wertschätzung für jede Anstrengung zu zeigen. Wo ist der Haken? Nun, es gibt eigentlich keinen Haken oder nein, doch, es gibt einen. Wer aktiv ist, Abos verkauft, die Website weiterempfiehlt, erhält Provision und Geld ausbezahlt. Wer nichts weiterempfiehlt, kein Abo verkauft, bekommt kein Geld. Also du bist wirklich abhängig von deiner eigenen Leistung und das, finde ich, ist etwas, das es ohnehin viel zu selten gibt. Denn meistens arbeiten die Menschen, die wirklich was drauf haben, arbeiten und rackern ohne Ende, während andere wirklich einen Lenz schieben sozusagen. Hier ist es tatsächlich so, wenn du arbeitest und Arbeiten verkaufst, hast du Geld. Wenn du nichts verkaufst, hast du zumindest keinen Schaden. Was ist ein Affiliate? Ein Affiliate ist jemand, der die Plattform proaktiv weiterempfiehlt und dann quasi Abos verkauft, sprich jetzt ein Monatsabo, ein Jahresabo und mit dieser Form des Online-Marketings Geld verdient. Wie viel kann man verdienen? Wie viel jemand verdient, hängt nun mal definitiv nicht von mir ab, sondern immer von der jeweiligen Person. Wenn jemand viele Menschen kennt und viele Abos verkauft, wird er sich relativ leicht tun, in kurzer Zeit sehr viel zu verdienen. Fakt ist jedoch, ein Abokauf ist kein Kinderspielplatz. Man muss hier wirklich hart dafür arbeiten. Man muss wissen, worum es geht. Und mit dem Educator ist es zumindest so einfach, dass man sagt, es ist eine Schulungsplattform, eine Plattform zur persönlichen Weiterentwicklung. Da kannst du dir ein Abo holen. Das kostet 16,90 oder 159,90. Und du findest hier Kurse, die dir in deinem Business weiterhelfen oder die dir dabei helfen, ein zweites Standbein aufzubauen. Also das Produkt ist relativ simpel. Wie wird ausbezahlt? Ausbezahlt wird die Provision immer einmal im Monat, meist zum letzten des Monats. Wenn wir allerdings merken, dass die Plattform schneller wächst oder dass jemand besonders aktiv ist, dann werden wir natürlich auch zwei Auszahlungsrhythmen einführen. Kann man auch eine Struktur aufbauen? Eine Struktur, wie du es aus dem Network-Marketing kennst, kann man hier definitiv nicht aufbauen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand viel verdient und alle anderen nur rackern. Hier kannst du nur Geld verdienen, wenn du persönlich aktiv bist, wenn du selbst etwas leistest. Und du kannst keine Struktur aufbauen, sondern du lebst davon, was du selbst vollbringst.